Du bist nicht allein. Irgendwo ist auch für dich eine Stelle. Die Ausbildungsordnung sonderpädagogischer Förderung besagt, dass ein Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im Förderschwerpunkt Sprache besteht, wenn der Gebrauch der Sprache nachhaltig gestört und mit erheblichem subjektiven Störungsbewusstsein sowie Beeinträchtigungen in der Kommunikation verbunden ist und dies nicht alleine durch außerschulische Maßnahmen behoben werden kann. Im Bereich Sprache zählen hierzu die Artikulationsstörungen, semantisch-lexikalische, das heißt den Wortschatz und das Lexikon betreffende Störungen, grammatische und sprachdomänenübergreifende Störungen wie die spezifische Sprachentwicklungsstörung. Da Kinder mit dem Förderschwerpunkt Sprache Schwierigkeiten mit dem Erwerb und dem Verstehen von Schriftsprache haben, wie zum Beispiel eine geringe Verarbeitungskapazität oder rezeptive Schwierigkeiten, und diese aber das zentrale Instrument des Unterrichts in der Schule ist, ist das allgemeinpädagogische Angebot der Regelschule für diese Kinder nicht ausreichend. Sie benötigen einen spezifisch akzentuierten Unterricht, da sie ansonsten Gefahr laufen, schulische Lernschwierigkeiten zu entwickeln, obwohl sie kognitiv dazu in der Lage sind, die Lerninhalte zu verarbeiten. Damit Kinder mit dem Förderschwerpunkt Sprache trotz ihrer sprachlichen Einschränkungen den Lerninhalt einer Stunde verstehen und verarbeiten können, müssen bei der Unterrichtsplanung sprachliche Kompetenzen beachtet werden, die den Lerninhalt verständlich vermitteln. Stolpersteine können hierbei beispielsweise kleine, unscheinbare Wörter wie je oder pro sein, die es den Schülerinnen und Schülern unmöglich machen, eine Textaufgabe zu verstehen, da sie ihnen unbekannt sind. Des Weiteren sollten zum Beispiel Anweisungen in der richtigen Reihenfolge gegeben werden, mit Signalwörtern wie zuerst, dann oder danach. Bei der Buchstabeneinführung kann die Analyse der Lautbildung mithilfe eines Spiegels gelingen oder indem Wörter in Silben zergliedert werden. Wichtig ist, dass sprachliche Kompetenzen nicht nur im Deutschunterricht eine Rolle spielen, sondern Wortschatzerklärungen in allen Fächern stattfinden. Im Mathematikunterricht muss beispielsweise Fachvokabular verstanden und gespeichert werden, Vermutungen und Lösungsvorschläge formuliert werden können. Beispielsweise Ich glaube das oder Aufgabe B ist richtig, weil Eigenes Handeln sollte von den Schülerinnen und Schülern sprachlich begleitet werden. Dies kann Kinder mit dem Förderschwerpunkt Sprache vor Herausforderungen stellen, da ihre grammatikalischen Kompetenzen oftmals nicht ausreichend entwickelt sind. Ein weiteres Prinzip ist die Eliminierung sprachlicher Schwierigkeiten zugunsten des Verstehens des Lerninhalts. Das heißt, dass zum Beispiel Texte, die einen Lerninhalt vermitteln, sprachlich so optimiert werden sollten, dass sie für Kinder mit dem Förderschwerpunkt Sprache leichter zu verstehen sind. Zum Beispiel das Benutzen von Präsenz statt Präteritum oder der Einsatz parataktischer Sätze. Des Weiteren benötigen Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Sprache ein Sprachmodell, die Lehrersprache, an dem sie sich orientieren können. Es sollten Modellierungstechniken eingesetzt werden. Zum Beispiel sagt eine Schülerin, ich gehe in das Turnhalle. Die Lehrkraft antwortet, ja, du gehst in die Turnhalle. Man sollte sich hier immer wieder mögliche Sprachverständnisschwierigkeiten der Kinder bewusst machen. Vor dem Sprechen die Aufmerksamkeit der Kinder sichern, bewusste Sprechpausen machen, handlungsbegleitende Gesten einsetzen, wichtige Inhaltswörter betonen und wiederholen und die sprachliche Komplexität von Aussagen an das Niveau der Kinder anpassen. Arbeitsaufträge sollten visualisiert und von den Lernenden wiederholt werden. Im Bereich Wortschatz muss den Kindern der für das Verständnis und die Wiedergabe schulischer Inhalte notwendige Wortschatz vermittelt werden. Bei der semantischen Elaboration geht es darum, die Kinder mit möglichst umfassendem Wissen zur Bedeutung der neuen Wörter auszustatten. Zum Beispiel, indem mit allen Sinnen gearbeitet wird, Merkmale gesammelt oder Mindmaps erstellt werden. Hierdurch werden die Wortbedeutungen erarbeitet bzw. ausdifferenziert und können leichter abgerufen werden. Bei der phonologischen Elaboration werden die Lautstruktur und gegebenenfalls auch das Schriftbild eines neuen Wortes vermittelt, beispielsweise durch Silbensprechen, Rabensprache oder weitere Übungen zur phonologischen Bewusstheit. Auch der Wortabruf sollte trainiert werden, beispielsweise durch das Bilden von Wörterketten oder das Nutzen von Rätselkarten. Es geht hierbei darum, dass die Kinder die neuen Wörter möglichst hochfrequent verwenden. Darüber hinaus sollten den Kindern auch Strategien vermittelt werden, die es ihnen ermöglichen, Wortschatzlücken bei ihnen selbst zu finden und zu schließen. Als Lehrkraft sollte man sich darüber im Klaren sein, dass ein sprachlich optimierter Unterricht und gezielte Sprachförderung keine Sprachtherapie ersetzen können. Die größten Erfolge können in Zusammenarbeit erzielt werden. Dennoch ist es wichtig, Sprachfördereinheiten, die die spezifischen Schwierigkeiten der einzelnen Kinder thematisieren, in den Unterricht zu integrieren und sich seiner Funktion als sprachliches Vorbild für die Schülerinnen und Schüler bewusst zu sein. Na 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 na